Hauptschule, mittlere Reife und dann von der mittleren Reife dann das Fachabitur gemacht. Ich habe mich dann für Grafik und Design und Kommunikationsgestaltung entschieden und danach habe ich irgendwann auch mein eigenes Büro gegründet und war natürlich auch sozusagen ein Start-up und war sehr unerfahren, wie der Business läuft. Zwei Projekte gemacht, wo ich dann auch in Vorleistung gegangen bin und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass die Firma war gar nicht zahlungsfähig, aber die Schulden hatte ich am Ende, bin auch auf die Schnauze gefallen. Ich hatte plötzlich 30.000 Euro Schulden bei der Bank und wusste nicht, wie geht es weiter. Ich war wirklich platt. Ich war am Ende. Ich dachte, das war's. Und ja, dann habe ich alle meine Gläubige angerufen. Hör zu, mir ist gerade das passiert, aber ich komme wieder auf die Matte. Bitte gib mir die Zeit. Diese Erfahrung hat mich bis heute geprägt und irgendwann war das so, dass die Kunden angerufen hatten, hey, wir kommen samstags mit der Familie in die Stadt, aber wir wollen auch leckeren Kaffee trinken und bei dir im Büro gibt es den besseren Kaffee als die Kaffees in der Stadt. Und so hat sich das mit dem Thema Kaffee entwickelt. Und dann wurde es auch immer mehr, 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 mehr. Dann wurde auch aus meinem Büro mehr, 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 mehr. Und dann war ganz einfach die Entscheidung zu treffen. Ich verlasse Ulm, komme nach Frankfurt und fange komplett von neu an. Neue Stadt, neue Frau, also muss auch ein neuer Beruf her. Dann ging es los. Okay, jetzt was machen wir? Klar, machen eigenes Kaffee auf. Hatte aber selber in dem Moment wenig Eigenkapital. Wir gehen zu der Bank, alles gut, Konzept vorgelegt. Bankmensch sagt, ja, ne, würden wir ungern machen. Wir sind eine konservative Bank, aber es gibt einen anderen Weg. Da hat er mir eine Checkliste gegeben, wenn ich das erfüllt habe, würde es auf jeden Fall funktionieren. Und ich so, okay, cool, danke dafür. Ah, los geht's. Und dann habe ich natürlich all diese Checkliste erfüllt. Und dann sagt der Typ, äh, nö. Nein. Sie passen mir nicht persönlich. Ich glaube nicht an sie. Und das wirklich so ins Gesicht. Und in dem Moment so, das war's. Ciao. Ich verlasse Deutschland. Aber irgendwie hatte ich etwas in der Hand, mit dem ich auch trotzdem was anfangen konnte. Und dann bin ich von einer Bank in die andere. Und dann haben die mir alle natürlich die Türen geöffnet und haben natürlich meinen Kredit bekommen am Ende, ja. Aber das war wirklich hart. Also, was ich erlebt hatte, war immer so diese kleinen oder größeren Rückschläge. Niemals aufgeben. Es hat immer funktioniert, auch wenn man glaubt, das war's. Ich bin durch. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und da ist der Denkfehler. Niemals aufgeben. Und dann genau an dieser Verzweiflung, an diesem Tiefpunkt zu sein, ähm, war gerade diese Kraft, die ich mir rausgezogen habe. Ich habe gesagt, er ist jetzt erst recht. Also das Nichtaufgeben ist eigentlich das Rezept, um dahin zu kommen, wo man hin will.